Ich hatte euch ja einen Special Guest versprochen. Den besuchen wir jetzt. Kommt mit. Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Super. Eintracht oder Kickers? Kickers. Kickers? Döner oder Handkäse? Döner. Beetmännchen oder Pfeffernisse? Offenbacher Pfeffernisse. Bier oder Apfelmein? Eher Bier. Papier oder E-Book? Ich bin Papiertyp. Helene Fischer oder Gotthilf Fischer? Dann wahrscheinlich Helene Fischer. Ja, schönstes Erlebnis in Offenbach? Die Hochzeit meiner Frau und die Geburt meiner Tochter. Und hoffentlich kommt demnächst noch ein weiteres Kind dazu. Offenbach bedeutet für mich Heimat. Ich habe noch nie einen getroffen, der mit Vorurteilen nach Offenbach kam und mit Vorurteilen gegangen ist. Am Ende mussten immer alle zugeben, ach, ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Super. Vielen Dank, dass ich mitgemacht habe. Sehr gerne. Eine Woche Offenbach pur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im Finanzcenter. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Mal.